Motorrad-Pilot Philipp Böttel hat beim sechsten WM-Lauf der Moto3er in Mugello, Italien die Punkte-Ränge verpasst. Der 22-Jährige, der Anfang Mai in Priris seinen ersten Sieg gefeiert hatte, fuhr am Sonntag nur hinterher und kam als 19. Ins Ziel, den Sieg sicherte sich Jorge Martin, Spanien, vor Marco Bezzicchi und Fabio De Gianantonio, beide Italien. Böttel war nur von Rang 20 ins Rennen gegangen und war von Anfang an in zahlreiche Positionskämpfe involviert. Zwischenzeitlich arbeitet sich der 22-Jährige bis in die Punkte-Ränge vor, kurz vor dem Ende fiel er dann aber wieder zurück. Vorne setzte sich der von Platz 1 gestartete Martin Hauchdünn gegen Bezzicchi durch. In der Gesamtwertung führt Bezzicchi 83 vor Martin 80. Oettel hat weiterhin 36 Punkte auf dem Konto. Wir sehen uns beim nächsten Mal.